So Freunde jetzt haben wir hier eine kleine Batterie von GAU. Wir haben 19 Schuss in der 20 mm Variante. Brenndauer von 25 Sekunden. Ist die Rampe falls ich es noch nicht gesagt habe. Preislich waren wir hier bei 10 Euro das Stück. Hier steht Fuse Lunt. Da ist aber nichts. Wollte ich euch mal so zeigen. Fuse Lunt da ist überhaupt nichts. Ist einfach so drauf gedruckt und zwar hier ist es dann. Sprich sie hat keine Reserve Zündschnur sondern nur eine normale. Dann würde ich mal sagen gehen wir raus zur Zündung der GAU Rampe oder Ramp. Keine Ahnung. Rampe von GAU. . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020